Ich habe das Gefühl, ich laufe hier im Kreis, aber... Ja, das hat meiner auch gerade gesagt, dass wir hier im Kreis laufen. Das ist ganz komisch. Okay. Oh, Alex. Du hast auch gesehen, wie Alex gegen die Tür geknallt wurde, ne? Ja, der Arme. Oh, oh. Ja, ich laufe natürlich wieder in die falsche Richtung. Ich bin auch in der gelaufen erst. Ah, jetzt laufe ich wieder lange. Man erkennt das aber auch echt blöd. Ja, das war ja doch vorhin schon mal, ne? Mhm. Ich glaube, da unten bewegt sich was. Es macht Sinn, sich dahinter zu verstehen. Ja, da ist eine unsichtbare Wand. Ja, ach so. Na gut. Da unten ist irgendjemand. Seid jetzt leise. Oh, da ist was wir brauchen. Oh. Seid mal. Da ist die Verteilerkappe von der Duke. Ganz sicher? Ja, bin ich. Oh. Oh. Oh, oh. 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 Aufpassen! Demür! Ja, gleich erstmal Fuß gebraucht. Ja, und fällt auf der Stange, zack, Loch im Fuß. Ja, wenn sowas passiert, das wäre aber auch ärgerlich. Loch im Fuß will ja auch keiner. Das will keiner. Dumm, wer sowas mal schafft. Ja, ist so. Und fallen nicht mal ganz durch, ey. Ja, für Anfänger. Erst mal zum Testen. Ich wollte gerade sagen, ich wollte erst mal testen. Erst mal probieren, wie es ist. Verstecken. Ja, komm. Oh, Dohli. Ich wollte ihn warnen. Sie macht hier vor den Lärm. Aber die Beziehung zum Wörter ist gestiegen. Vielleicht muss man auch hier bestimmt wieder irgendwas drücken. Glaube ich auch, ja. Ja. Wo sind die anderen? Nein. Ich weiß nicht, was passiert. Ich kriege nicht. Du gehörst. Ich will wissen, wo die anderen sind. Schnappt ihn euch doch. Mensch, ihr seid zu fünft, ey. Ja, ist so. Könnte man es schaffen. Oh, harte Tristan, ein Schein. Das bedeutet doch wieder Krieg, oder? Naja. Ups. Das stehe ich nicht. Oh, eine Ratte. Oh, die war süß. Warum ist bei dir so eine Ratte? Wohin bringst du mich? Du glaubst, was sag ich dir? Wir sind gerade getrennt. Also ich bin jetzt bei den beiden, die festgenommen wurden. Ach, du bist die, ah, okay, okay. Ich muss jetzt einen anderen Ausweg finden. Komm, Danny, finde die anderen. Sag mir, wo wir hingehen, verdammt! Sei bereit. Sei bereit. Bereit für was? Klingt gruselig hier. Warte mal ganz kurz. Hey, Mika, dankeschön für dein Rate. Mika, grüß dich. Vielen, vielen lieben Dank für dein Rate mit fünf wunderschönen Menschen. Oh, ich denke mal, das Monsterchen ist noch geboren, wa? So, nee, dann wäre es auch. Sie sind mir noch sehr früh. Was ist denn jetzt los? Hä? Bei mir ist gerade irgendwie Steam geöffnet, keine Ahnung. Ach so. Stopp! Stopp! Was habt ihr noch mal gespielt heute? Wo geht's denn jetzt hier wieder weiter? Hä? Eigentlich geht's gut, es leben noch alle. Ich weiß nicht, was hier los ist. Wo sind die denn hingelaufen? Wir müssen irgendwo hin, wo wir ihn ausschalten können. Oh. Ihr habt das Level wieder nicht geschafft, Mika. Jetzt könnt ihr doch in den Rücken. Oh, verdammt. Oh mein Gott. Also nochmal rein, Mika. Dieser Khan ist verflucht. Wir hätten ihn doch jetzt hinten in den Rücken springen können, beide. Oh, warte. Hier kann ich was gucken. Was haben wir hier? Sieh mal hier. Ach, Speiseplan. Geil. Ein Geheimnis gefunden. Ja, Mika, irgendwann ist aber auch die Luft raus, ne? Wir haben es immer wieder versucht, oder? Danke für den Camp Shot. Oh, ein Messer, das nehm ich mit. Schön rostig. Genau. Wow. Ich bin auch ein Messer. Waren wir hier nicht schon? Hilf mir! Warum soll ich das dann weglegen? Der Typ ist bestimmt immer noch hier. Ich meine, du stirbst hier und dein Geist bleibt da. Der Räuber hat gerade Angst. Du hast keine Ahnung, wovon du redest. Vor dir? Ne, vor dir ist so einer Leiche da. Na, okay. Was dem wohl passiert ist, bei dem Gesicht? Keine Ahnung. So was habe ich noch nie gesehen. Hayley? Ich habe keine Ahnung, was der Scheiße sei. Du hast ja noch was erbeutet. Aber wir müssen weiter und Olsern finden. Los! Ich schläft, glaube ich, schon. Was? Leckerlich, so die pennt. Oh, das war knapp. Mehr. Nee, ich esse das nicht. Was war das? Wo ist die denn? Oh, es wäre der Licht, sie kommt schon. Schürzen. Oh, ich darf mir das Bild nicht angucken. Oh, das ist ja nicht. Oh, das ist ja nicht. Ich nehme eine kleine Waffe. So, Heidi. Freik, ich muss hier weitermachen. Oh, hallo, Freaks. Na, wie geht's? Versteht's? Schönes Service. Sie quass, Bordell. Sonst habe ich mich nicht gemütet. Nö, alles gut. Ich bin auch mit Heidi beschäftigt. Alles gut. Ey, das Schiff ist aber echt riesig, ne? Er hat nur Panik. Er rennt jetzt weg. Oh, der hat sich selber umgepackt. Was ist denn das denn? Mit Waffe. Okay, was war das jetzt? Ich weiß nicht. Oh, oh, ich hatte gerade eine Erinnerung. Die sah nicht so gut aus für den Brillenträger da bei dir. Oh, no. Schön abgestopfen. Mit einem Messer. Brillenträger, das ist Brad. Brad, ich kann mir doch den Namen nicht mehr. Jetzt kann ich mir das Bild angucken. Oh, super. Das sagt mir jetzt nicht so viel. Oh, mein Gott. Nein, nochmal. Warum so sauer gleich? Wir müssen einen Weg aufs Deck finden. Ich habe das Gefühl, ich laufe hier im Kreis, oder? Ja, das hat meiner auch gerade gesagt, dass wir hier im Kreis laufen. Das ist ganz komisch. Ah, jetzt sind wir hier unten. Okay. Ich glaube, ich höre euch. Was war hier los? Du hörst uns? Glaube ja. Ich bin hier bei so Särben jetzt. Da unten müssten wir eigentlich... Oh, nee, da nicht. Da sind wir ja nur her. Oh, Blatt ist verschwunden. Vielleicht kommt er hier rein und ich steche den aus Versehen ab. Scheiße, das ist Brett weg. So in Sägel gucken, auch immer. Da war zwei sogar drin. Jetzt sieht es auch noch Tote. Was geht hier vor sich? Naja, gucken wir nochmal in die anderen beiden Särge, ne? Oh, Gott. Oh, oh, Zombies. Was ist denn da bei dir denn los? Sterbst ihr, Ador? Ich geb mühe das nicht. Ja, besser ist. Den macht er auf. Wird retten. Ich mach das halt auch. Ich weiß nicht, halt mal. Unterdeck bin ich jetzt. Ich muss hier so einen Vorgang aufmachen, aber es geht nicht. Oha, voll hübsch aus hier. Was mach ich denn jetzt, wenn ich das nicht aufmachen kann? Links und rechts machen wir die Maus? Habe ich, mache ich. Geht nicht. Wenn du wieder zurückgehst nochmal? Habe ich auch schon versucht, eh. Ich geh nochmal weg. Ich geh nochmal weg. Islamika. Geht nicht. Soll ich das jetzt einfach zulassen? Sie muss warten. Ja, das kann auch sein, dass sie warten muss, bis ich weiterkomme. Stimmt, das kann auch sein. Du bist zu langsam. Da kennt sich jemand aus, sagst du, ja? Aber ich bin doch nicht zu langsam. Vielleicht ist sie einfach zu schnell. Und ich hab normal Tempo. Ja, ich weiß. Ich sprinte die ganze Zeit deswegen. Ja, ich... Siehst du, das mach ich zum Beispiel gar nicht. Ich auch nicht. Laut sich gar nicht. Aber jetzt kann ich das nicht aufmachen, aber schon weitergehen, oder was? Ja. Das ist ja das Problem, Karo Payne. Ich hab auch ein bisschen Angst, dass ich... Schon schön, wenn alle leben am Ende. Dass ich dich gleich mit dem Messer irgendwie... Ja, ja. Du hättest das Messer doch nicht nehmen sollen. Aber du musstest es, glaube ich, nehmen, ne? Ich weiß sie gar nicht mehr. Ich wollte es haben. Da wusste ich das ja noch nicht. Julia ist im Wasser. Und meckert. Okay. Oh mein Gott. Vorhang geht auf. Der sieht auch nicht mehr so lebendig aus. Oh. Oh. Da haben sie eine Schere vergessen in dem. Ein Sarg voller Blut. Ob ich die Taschlampe habe oder Peng? Hey, ich wollte mir das doch alles noch angucken, warum gehen wir denn jetzt einfach weiter? Oh, Reiter. Hier läuft Blut aus der Hand. Da ist der mit dem großen Hammer. Ich bin Brad und du bist jetzt Fliss. Super. Ich bin jetzt draußen. Du bist weg von mir, ich bin jetzt hier alleine mit Brad. Und gleich tötest du Brad. Nicht so machen, Egi. Es ist alles so ruhig und entspannt. Hat er dich erschrocken oder was? Ja, also ganz leicht. Also voller Knarrelei schrecke ich mich jetzt manchmal schon ein bisschen mehr. Manchmal. Ist so innerlich, kennst du das? Warum hat er eigentlich keine Schuhe an? Ich habe voll Schiss, dass ich gleich irgendwas mache und der stirbt. der wird auch... Hä, bist du jetzt wieder bei mir? Nee. Du warst doch eben hier. Es sind irgendwie gerade alle weg. Vielleicht wieder hier. Mal rausziehen, das gute Ding. Ja. Hier war... Das war gerade ein bisschen komisch hier. Oh, das ist so doof. Hier war gerade so eine Patronenkugel auf der stand Alex. Nicht gut. Nee. Ein Foto? Ja. Was passiert hier? Hätte ich doch vorher schon mal reingeguckt. Jetzt... Jetzt ist hier so ein Typ hinter mir her. Ja, ich kann nichts sehen, wenn du mit deinem dicken Körper im Weg stehst. Mit deinem dicken Körper? Ey. Was steht jetzt drauf? Was steht jetzt drauf? Was ist jetzt auf jeden Fall? Wo ist denn? Wie ist denn? Da sind dann so ein Typ hinterher? Was? Vielen Dank.